unsere lebenspunkte sehen nicht so gut aus wie viele 14 ja komm gib mir sieht schon besser aus im fackel anzünden ich glaube wir hatten ein paar fakten gefunden das machst du da ein das wollte ich machen genau 34 minuten ja das sollte hoffentlich reichen gut wir wollen jetzt zu der brücke die unser haupt anhaltspunkt ist vor würden wir gerne dichter hinten töten die runterschubsen wäre bestimmt praktisch leider haben wir nicht so doch haben wir wir haben einen spruch der sachen wegschubst dem habe ich allerdings bisher noch nicht benutzt glaube ich ich glaube ich gehe mal kurz zurück gemacht das ich meine wo wir gerade noch so nah dran sind können wir die sache alle instant runter schubsen ich hoffe der viele aufladungen sonst bringt das nichts wenn wir dich mal weg das war doch ein gebiet schade okay ich habe nichts gesagt du ja kommen nehmen wir die kleinen dafür dafür noch auf vor ort haben so jetzt töten wir noch mal den hund und wenn wir das jetzt noch zehnmal wiederholen ist der hund nicht mehr da und das wird langweilig aber das kann man halt machen wenn man wirklich in gebiete kommt wo man absolut nicht weiter kommt und das finde ich eigentlich ganz schön geregelt das heißt wenn man selber nicht mehr so fit ist oder keine ahnung ich gelenk probleme hat oder was auch immer man kann sich dadurch beißen ich mich mit dieser komischen stachel schwarz waffe da pieksen genau du weg du weg hey was hast du mich jetzt gepiekt mit deiner hand ist okay weg und kapusch kapusch gefackelt okay da hinten haben wir noch loot das sollten wir bei zeiten mal einsacken da hast du was zum anzünden und da hängen jungs runter kann ich euch targeten dich gar nicht targeten euch da unten nicht und wenn ich jetzt wechsel auf das was ich mal von hinten anschleichen wenn ich jetzt wechseln würde auf das fernglas dann wäre die fackel aus was nicht schlimmes was die hängen rum die bewegen sich nicht die schleichen sich nicht an die tarn sich nicht die sind einfach nur da und trotzdem überraschen die ein immer wieder das ist hammer gut also ich mache das kurz aus weil wir da oben ist wieder anzünden können du wechselst bitte so und jetzt sehe ich die viel hier gar nicht mit dir runter hängen doch da ich darf nur nicht zu nahem abgrund sein sonst boah da sieht mir fast gar nichts so weg mit dir kriegt deine finger erwischt aber knapp noch knapper schritt vor ich sehe nichts da irgendwo so weg okay okay genau spuckt der hat mich gerade aus der balance gebracht der gift angriff es wird noch echt ein problem später als magier denke ich könntest du irgendwas hauen es wird echt ein problem später als magier wenn jeder kleine angriff ein aus der balance bringt und der gegner noch mal auf einen aufhauen kann das ja also fackel anzünden hier einfach runter fallen richtig komme ich von da aus zum licht ja ich komme von da aus aber nicht zu der holztreppe dahinten glaube ich oder so oder so ist neues gebiet weg 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 trink mir fällt gerade auf waren immer noch nicht die erstes flask upgrade aber braucht sowas schon ist ja bloß das wichtigste was wenn heilig wir haben eine große seele sehr gut und giftfeil deutsch ding und man kommt da drauf okay das heißt wir gucken uns erstmal hier oben zu ende um und wenn wir dann hier nichts finden dann geheimt hin und dergleichen steht hier hurra vorhin hurra vorhin paar weg 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 gewusch faktisch und praktisch und dichter namen sind also wir können entweder da lang gehen und wieder zum eingang kommen und mindestens lud abschnappen oder wir gehen hier lang zu einem hidden path und da oben ist eine kiste und was zum anzünden okay trotzdem gehe ich erstmal hier hin zurück dann haben wir das schon mal abgehakt dann können wir uns merken wenn vom leuchtfeuer aus also wenn wir am leuchtfeuer stehen mit dem rücken zur wand und in die richtung gucken wenn man links an der langen wand lang gehen würde kommt man irgendwann zu dieser einen höhle wo die tür ist und wenn man rechts an der wand lang gehen würde kommt man irgendwann hier hin und das denn der weg vom leuchtfeuer rechts an der wand bis hier schon mal abgedeckt ist von uns durch forscher aktivität du da unten lebst doch bestimmt oder ich hab deine leiche nur ein bisschen angekugelt das ist nicht schlimm so live gem und das war's ein bisschen mau kommen wir wieder zurück schaut nicht so aus warte mal stand was der denn nicht wirklich der entweder ist wenn man nicht weitergehen könnte und hier kann man weitergehen man kann immer im kreis laufen das ist wieder was anderes als eine sackgasse wollen ja nicht scheißern wer anfängt klug zu scheißern darf sich nicht über klug scheiße aufregen und ich reg mich richtig gerne über klug scheiße auf so da waren wir da waren wir ja in der gift spucker jetzt gehen wir hier wieder runter da hier war dieser hidden path der wahrscheinlich war das also wieder in die leiche runtergeputzelt ich denke der hidden pass führt dann hier oben irgendwie rauf wenn nicht sollten wir einen weg finden daher hoch zu kommen also irgendwie in das gebäude da und in oder an dem gebäude hoch und dann rüber haupt aber erstmal hier gucken also hier können wir schon mal runter zu dem licht das müssen wir auch okay du da bist du lebendig ich wüsste nicht dass ich schon was getötet hätte da sie leider die hochführt okay das heißt ich gehe jetzt so geht es kurz hier hin zu dich an übersichtshalber ich dich kaputt machen kann mach ich dich kaputt weil du eine doofe statu bist dann nehme ich auf den eingang statt mit irgendwelche wände durchzuschlagen hier ist gar nichts okay schade hier ja hier ist die leiter das ist eine sehr gute aussage akkurate nicht akut ich glaube die steht ja schon länger auch da sind kiste drin wie jetzt die ersten mal das nächste licht anzünden müssen jetzt irgendwie eine etage unter uns kommen aber das mache ich erst nachdem ich da drüben die kiste eingesammelt habe hops irgendjemand spuckt uns an du erst mal checken ob du wirklich die kiste bist ja bist du dann gibt mir tollen loot weil du eine eisenkiste bist bitte kein verbrauchsgegenstand irgendwas tolles ring des seelenschutzes welcher sieht hier sehen ring schützig aus dass da verhindert oder macht die wirkung und gültig von tod und versteinerung aber bricht das ist eine bessere variante hiervon geil und wie gesagt da da ist 2 und nicht 1 man kann die dinge dann auch wieder reparieren danach was dann doch recht praktisch ist melinda the butcher wo bist du ach da oben bist du da kommst du angelaufen da kommst du angelaufen was bist du für eine verdammte ki läuft jetzt einmal durch das ganze level und weißt wo du langlaufen musst und springst uns dann gleich in den rücken wenn ich nicht cool dann sind gar nicht cool ersten gift bolzen also irgendwo da hinten ist jetzt ein pvp npc es war kein spieler sonst hätte er einen anderen namen gehabt die jungs mit dem titel sind immer npcs es ist schön und gut aber ich wollte eigentlich die kiste hier unten haben das heißt ich gehe jetzt hierhin statt mir die kiste dann hast du ruhig diese komische verbaren frau die mich hoffentlich jetzt nicht erschlägt während ich lute twinkling titanit sehr schön und smooth stones sollten eventuell demnächst mal wir sollten eventuell demnächst mal dingensbummens zu den vögeln zurückgehen wie komme ich jetzt wieder weg also wieder nach ganz oben ja hier hoch und jetzt gucke ich nach oben und sobald ich da irgendeinen fuß sehe rutsche ich sofort runter das war ein sehr peinlicher tod man klettert auf eine leiter hoch denn das oma kickt einem ins gesicht und man ist tot ach und sie bleibt da oben sie bleibt da oben stehen ah ok also springen rüber so da muss ich hier einfach und dahin sehr schön danke sie entgegenkommen von dir war ich glaube nicht dass du hier hochkommst unter orderst vollkommen egal dass das unfair und gemein ist Talana findet das richtig toll, dass er so unfair und gemein ist. Bam. So. Und das war ja kein Barbar, sondern ein Butcher. Also ein schlechter. Loots? Kein Loots. Oh, das ist mau. Okay, was haben wir hier? Bonfire Head, Bonfire Head. Das ist beides soweit richtig. Das ist nur ein Zwischenstück. Hier geht es nicht wirklich weiter, ne? Nein, okay. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück zum Leuchtfeuer. Und vom Leuchtfeuer aus dann endlich zu der Brücke, die wir als Hauptanhaltspunkt benutzen. Weil wir da halt immer wieder dran vorbeikommen. So, jetzt gehen wir zum vierten Mal. Gehen wir hier lang? Irgendwas ist gerade irgendwo gestorben, hat uns not gegeben. So, oh, warte mal. Hier sind Sachen runtergesprungen und angesprungen und was weiß ich woran. Oder haben wir schnell umgebracht? Nee. Irgendwas ist weg. So. Das war Nummer eins. Da hinten ist noch ein Hund. Wer ist das? Was? Okay. Wir haben jetzt irgendwo in den unteren Ebenen einen Hund. Im Idealfall nie bei einem anderen Hund gelandet, damit wir später gegen zwei Hunde gleichzeitig kämpfen dürfen. Du weg. Gibst mir wieder irgendeinen... Jo. Okay. So, da hinten ist eine Nebelwand. Bist du tot? Nein. Jetzt bist du tot. Wurft euch. Hatten wir uns... Ich versuche mich gerade zu orientieren, wo es weitergehen könnte. Also da kommt der Fackeltyp. Du bist weg. Ich glaube, da sind wir nie lang... Ich höre den Hund. Ich glaube, da sind wir nie lang gegangen. Wir hatten es mehrfach in Betracht gezogen. Wir haben uns den mal von anderen Sachen ablenken lassen. Nee, hier waren wir definitiv nicht. Da ist noch was zum Anzünden. Also weg mit euch. Euch und euch. Dicht zünden wir an. Und dann wieder hoch und gucken, wo es da lang geht. Ich denke mal zu der Brücke über unserer Brücke. Ich nenne sie jetzt einfach mal unsere Brücke. Das ist die Anhaltspunkte. Warum haben wir das hier oben schon angezündet? Okay, also wir waren doch hier. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir hierher gekommen sind. Oder wir haben einfach das Licht da unten übersehen. Das ist wahrscheinlich... Wahrscheinlicher. Ah, wir sind vielleicht von da oben rüber gesprungen. Haben hier unten gar nicht geguckt. Okay. Also, wir sind jetzt bei der Brücke über unserer Brücke. Num, 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 num. Viecher. Kaputt. Das ist wieder was zum Anzünden. Unter uns ist ein Hund. Das sieht nicht sehr stabil aus. Ich würde aber trotzdem gerne das Ding da anzünden, bevor wir irgendwo runterfallen. Das ist auch Loot. Ach, das sieht aus wie ein Erschießungskommando, die ganzen Statuen. Ah, das ist sehr nah an dem. Okay, warte. Dich müssen wir auch noch anzünden. Warum sind so viele Licht da? Ah, vielleicht weil es wichtig ist. Macht Sinn. Okay, also wir haben schön viele Sachen hier. Einmal haben wir da bei dem Erschießungskommando eventuell ein Weg zu der Nebelwand. Und da hinten im Fass funkelt was. Dann haben wir unter uns noch was, was funkelt, zusammen mit einem Hund. Dann haben wir hier noch die Brücke, die wegführt. Und hier können wir nicht abkürzen, nee. Okay, also merke, da wo die zwei Lichter sind, bei der Brücke über unserer Brücke, sind mehrere Abzweigungen, die wir gehen könnten. Und die erste, die ich gehe, ist zu einem riesen Hund, der uns auffressen will. Komm, Target, den Hund da unten. Ja. Gib ihm. Gib ihm. So, sehr gut. Dann fall da drauf.